Musik So, nach dieser kreativen Abendung kommen wir wieder. Zum Kampf nach K1-Regeln, Gewichtsklasse bis 76 kg, Kampfpower, drei Runden, ah, drei Minuten. Begrüßt wir übrigens in der blauen Ecke vom Magma-Chemios Knausa aus Griechenland, Levan Guruli. Levan Guruli! Levan Guruli! Und in die rote Ecke darf ich nun rufen, den mehrfachen Weltmeister, Europameister, Deutschland, internationalen deutschen Meister. Ich, Tai Boxen, I'm coming to me. I'm going to play and I'm going to play. Begrüßt euch auf dem Weg in der rote Ecke, Mr. Energy Team Reuskirchen! Baka! Baka! Stissimo! Yeah! Let me talk to these people, man. Uh, hey. I know you'm where I see me far, man. I know you'd rather see me lose it all. But I'm a grown winner, man. I was put on this earth to make a difference, homie. The world is my playground The birds left the cage I'm doing things my way now Yeah Man, I'm willing to die for the cause That's the difference between me and y'all To be the best You have to beat the best I'm undefeated My style is everlasting And I'ma never back down You fucking clown Yeah, we win You lose We live You die The world is mine Maraca, Maraca! Maraca, 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 Mar bestritt 45 Kämpfe. 23 gewann er, 14 verlor er, 8 endeten unentschieden. 6 seiner 23 Siege sind K.O.-Siege. Im Hauptberuf ist er pflegen Fliesenleger und wird trainiert und betreut von Stavros mit Skolaos. In der Blaunecke, Levan Guguli. Und in der roten Ecke, Baka Barakat vom Manager Jimbois-Kirchen, er wiegt 76 Kilogramm. Er ist 33 Jahre alt, bestritt 270 Kämpfe. 201 gewann er, 52 verlor er, 17 endeten unentschieden. Seine K.O.-Quote liegt bei 70 Prozent. Im Hauptberuf ist er Mr. Energy Jimbois-Kirchen natürlich und Kapssportler reinsten Wassers und wird heute betreut von Jonathan Pasing und Frank Spitzkall. In der roten Ecke, Baka Barakat! Der Hauptkampf des heutigen Abends, Baka 1-Regel, 308 Minuten bis 76 Kilogramm. Gute Unterhaltung! Baka 1-Ju! 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 Das war's, das war's, das war's, das war's. Applaus 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 Hocher! Hocher! Hör! Hör! Locken! Hör! 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 Loppen! Sehr schön, Loppen. Und dann wird es noch ein Seil. Das geht's noch nicht. Sehr schön! Freitag! Einer, ein Arm hoch! Hör! 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 Schönen! Hör! 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 Es ist bravo, es ist bravo. 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 So, kurzer medizinischer Check, glaube ich, liegt an, wenn ich das richtig sehen möchte, jetzt möchte ich den Riffen, möchte ich den Riffen, bitte du, den Riffen. So, meine Damen und Herren, ich darf an der Stelle schon mal noch Aufmerksam machen, dass wir gleich noch Baka Barakat am Mikrofon haben, also ein, wie nach der Feger wäre auch noch nicht raus. Wir haben auch noch was nachzuholen, wie Sie vielleicht, wenn Sie auf die Kampfliste geguckt haben, mitbekommen haben, und das finde ich auch alles sehr schade, also wird sich Baka auf jeden Fall äußern. Jetzt hat er ein Leibchen an, alles ist vorbereitet und ich darf das offizielle Urteil verkünden, gewonnen durch technischen Karo hat, der Mann, der durch Leistungsbereitschaft und Leistungswillen immer wieder zu überzeugen, weil es die Riffen der Ecke, Baka Barakat, Mr. Energy Team aus Kirchheim, herzlich willkommen! Und an der Stelle auch vielen Dank für die Organisation über wunderbaren Veranstaltungen Baka Barakat! Und ich darf, glaube ich, dir jetzt sofort das Mikrofon geben, wenn wir die Probeutel anhatten. Ha, also erst mal alle zusammen. Ja, ich bin heute. Schließlich habe ich auch bei mir vertriegt. So, ganz kurz. Erstmal, super vielen Dank an meinen Gegner, super Leistung. Ich habe gerade schon zu dem Trainer gesagt, hätte er nicht aufgehört, hätte ich aufgehört. Aber das war nur spontanisch gemeint. Denn ich werde hier in Beunskirchheim so schnell nicht aufgehen. Erstmal, ich habe was auf der Herzen, was ich gerne loswerden würde. Es sind zwei Punkte. Punkt eins, was mir sehr wichtig ist. Heute habe ich nicht gewonnen, hat das älteste Gebüro an. Aufgrund dessen, wir haben hier so viele Arbeiten weggenommen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die letzten 35 Stunden nicht mal eine halbe Stunde geschlafen. Im Prinzip ist es jetzt die 37. Stunde. Deshalb gehe ich auch jetzt sofort nach Hause und lege mich hin. Ich hoffe, dass einige paar noch bleiben und helfen zum Abbau. Ich mache es bestimmt heute nicht. Und noch einmal würde ich gerne mal Zifu danken, der sich die letzten drei Wochen jeden Abend für sich Zeit genommen hat, um mit mir irgendwo 23 Uhr zu trainieren. Da muss ich auch so überspringen. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, danke für das Gefühl. Danke für das Gefühl. Danke. 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 Der Gegner wollte mehr Geld haben. Er ist gekommen, er hat gesagt, oh, volle Halle, alles ausverkauft, ich will mehr Geld haben. Das gibt's heute für mich. Ihr wollt nicht wissen, wie viel Minus ich heute gemacht habe. Das sollte wirklich nicht wissen. Dankeschön. Schönen Abend, Feierhause. Vielen Dank, Badgarten, Bargarten, für den wunderbaren Kaps mit heute Abend, die abgeliefert hat. Und natürlich für diese tolle Veranstaltung bitte zum Foto hierbleiben, die Energy-Leute. Liebe Gäste, es war uns ein Vergnügen, Sie heute Abend wieder hier zu haben. Und wir hoffen, dass Sie alle wohlbehalten den Weg nach Hause und demnächst wieder zu einer Veranstaltung des Energy-Jewo-Euskirchen Finnberg. Vielen Dank, kommt die Gutheilung und Tschüss.